Willkommen im Amnur und Film zu sehen sind meine neuesten Weihnachts-Lokomotiven, aber auch ältere. Ganz viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier sehen wir eine Baureihe 141. Man sieht schön die Lüfter. Und ein glattes Lüfterband. Zum Vergleich schauen wir uns die E40 an. Mit Fenster zwischendrin. Ist natürlich ein älteres Modell, das muss man dazu sagen. Aber auch diese Maschine wirkt sehr hübsch. Aber man sieht Unterschiede zu E41. Beide Einheits-Lokomotiven. Nur die E41 hatte etwas weniger Kraft und war mehr für leichte Personenzüge geeignet. Einheits-Lokomotiven. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind nun am Ende dieses Filmes. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like, Abo oder kommt da dort, damit ich eure Meinung erfahre. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.